und damit hallo ihr lieben jetzt kommt zu einem neuen video hier auf meinem youtube channel in diesem video fahren wir mit dem rad an die der deutsche grenze bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach ja, hier haben wir auch noch mal ein bisschen was. Grenzdenkmal Hessendach. Ich will, wenn ich mir doch was runter gehe. Mal gucken. Ich werde das noch auf der Gursanoffizie. Jedenfalls Grenzturm Hessen, letzter im Landkreis Halberstadt, der Heidener Grenzturm, Teil einer ca. 1334 km langen umlegenden menschlichen Grenzsicherungsanlagen entlang der gesamten innerdeutschen Grenze als Zeugnis des geteilten Deutschlands. Im Jahr 1990 durch das Landesamt für Denkmal Pflegeunterschutz gestellt. Das kann man schon leider nicht mal lesen, weil da mal irgendeiner was reingemacht hat. Aber Tag der Grenzenöffnung 19. November 1989. Dann haben wir jetzt hier noch mal das Gartus in Sachsen anhalten. Nicht verwachsen, nicht verwechseln. Da hinten ist der Herz. Und da geht es jetzt auch wieder zurück. Ne? Genau. Und von daher würde ich sagen, Kamera wieder ans Fahrrad. Jetzt fahren wir noch mal zum anderen Punkt hin und dann würde ich auch die Kamera ausmachen und dann ist gut für heute. Ne, kommt eine Sache vergessen. Ich brauche hier noch mal ein bisschen was zu futtern. Ich bin so ein Typ, der neu wie sie geht so. Das ist von Dexter Energy Liquid Gear. Schmack würde ich mal sagen, geht so. Schmeckt halt extrem weg. Aber ist besser als nichts. Link dazu in der Beschreibung von der Kamera. . Everything is gonna be alright See the fire in your cold eyes Breaking free from the long night Hold me close to the sunrise Everything is gonna be alright See the fire in your cold eyes Breaking free from the long night Hold me close to the sunrise Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright Everything is gonna be alright Alright See the fire in your cold eyes Everybody is gonna be alright haben, zwar logischerweise alles beschriftet. Schlagbaum, Schlagbaum, dann konntest du da wahrscheinlich durchfahren, beziehungsweise das war komplett zu, das ist so ein Turm, die wir eben gerade gesehen haben. Das ist der Grenzer, hier als die Grenzen 1989 aufging. Hier haben wir nochmal so ein Bild von Schwarz-Weiß, wie sie kontrolliert haben. Das sind kleine Schranke, die wir gesehen haben. Und hier haben wir einmal so was, das ist eigentlich von mir auf der Schulklassen, das ist vielleicht mal interessant. Nur, ich bin jetzt mal ganz ehrlich mit euch, was in meinen Augen geht, solche Rorte noch zu besprühen, zu beschmieren, geht gar nicht. Hier haben wir auch nochmal einen Turm, wo wir eben gerade vorstanden. So, und jetzt würde ich sagen, Grenzöffnung, hier haben wir auch nochmal ein Bild dazu, ich will jetzt hier auch nicht zu nahe ins Detail gehen. Und hier haben wir nochmal Heitia Grenze, das ist dann wahrscheinlich noch davor. Warbauer, Konsequenzen für die Menschen, die Real-Grenzanlage. Ich habe ihn gerade nicht so geil, finde ich, wenn man so ein Bild hatte, ich damals auch in meiner Politik machte. Oh nein. Warte, jetzt. Ich muss gucken, wie geht es irgendwie laut geben. Okay. Bis zum nächsten Mal. Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable, pues culpamos el destino con el ¡Suscríbete al canal!